Was uns am Herzen liegt, wenn die Partei in den Stadtrat zieht. Millionengräber werden geschlossen, kein Geld mehr in den Wind geschossen. Sozialbau schreiben wir ganz groß, ÖPNV gibt's kostenlos. Ob U-Bahn, Taxi oder Bus, ob Auto, Fahrrad, gar zu Fuß. Wir planen neue Wegenetze, fördern Schulen, Kita-Plätze, modern und digitalisiert, der Zahn der Zeit wird observiert. Soziales steht an erster Stelle, dem Filz rücken wir auf die Pelle. Wir lassen uns nicht unterjochen, bringen die Subkultur zum Kochen. Was nutzt uns eine Studentenstadt, die nichts für junge Menschen macht? Nur Luftschlösser, die sind geblieben. Eine Seilbahn schwebt auf Wolke 7, das Stadthaus wird bald abgerissen, Urban Soul hat uns beschissen. Bon Center, Rhein-Palais und er machen wirklich nicht viel her. Das Stadtbild ist schon längst zerstört, weil Stadtrat nicht auf Bürger hört. Eingebildet, arrogant, überheblich, ignorant, gegen Fortschritt resistent. Die Bundesstadt ist eingepennt. Damit sich etwas ändern kann, wählt die Partei, dann sind wir dran. Und wenn es mit dem Einzug klappt, werden alte Seilschaften gekappt.